Transparenz, Authentizität, Qualität. Diese drei Kriterien stehen beim Weinhändler Vinus de Villa an oberster Stelle. Der Inhaber und gebürtige Spanier Antonio Villa kennt alle seine Winzer persönlich und achtet auf die exklusive Zusammenarbeit mit Klein- und Mittelbetrieben, um ein perfektes Qualitätspreisverhältnis zu erzielen. Ob privat oder für die Gastronomie, Weinliebhaber finden hier eine reiche Auswahl an edlen Tropfen in jeder Preisklasse. Als kundenorientiertes Unternehmen bietet Vinus de Villa maßgeschneiderte Angebote für die Gastronomie an, von der Unterstützung bei der Wahl der Weine über die Erstellung der passenden Weinkarte bis zur Organisation bzw. Leitung einer Weinverkostung. Für besondere Anlässe richtet Vinus de Villa auch gerne private Verkostungen aus. Nach Anfrage können Sie in die Welt der spanischen Weinkultur eintauchen. Neben Wein und Tapas wird Ihnen mit viel Liebe alles Wissenswerte über die edlen Tropfen näher gebracht. Für weitere Informationen besuchen Sie www.vinusdevilla.com Für weitere Informationen besuchen Sie in die Welt.